Jeder von meiner drei Schlücke. Okay, schade. Gute Entscheidung, dass du hier geblieben bist. Wird bestimmt voll lustig für den Abend. Geh ich mit dem Tönix auf. Jede Sprecher, oder? Jule, machst du auch mit? Hey, Jule, ein Trinkspiel ist jetzt echt zu assi. Komm, ich schenk dir jetzt woanders hin. Ja. Ja, ich hab dich schon was eingeschenkt. Jule.